Der Kolumbus. Der Kolumbus ist gefahren, hat sich's nicht lange überlegt, hat schon vor 400 Jahren nicht drauf gelöst, was die Leute haben gesagt. Der Kolumbus möchte sein, aber leider sehe ich ein. Mir ist für die grossen Taten einfach immer ein bisschen zu schade. Langtunst hin und her beraten und dann machst du es zuletzt halt nicht. Gängig, wenn man sich's richtig überlegt, merkt man, dass's nicht geht. Der Napoleon ist gezogen, bis nach Russland mit seinem Herr, hat er die Sache genau erwogen, während die Kurse ich hatte in der Lehre. Der Napoleon möchte sein, aber leider sehe ich ein. Mir ist für die grossen Taten einfach immer ein bisschen zu schade. Langtunst hin und her beraten und dann machst du es zuletzt halt nicht. Gängig, wenn man sich's richtig überlegt, merkt man, dass's nicht geht. Ich zum Beispiel hätte ein Liedchen können machen über das, was ich euch jetzt da hab berichtet. Gerade so ein Lied wie das. Doch, wo ich mir's recht hab überlegt, hab ich gemerkt, dass's gar nicht geht. Ich schade sehr gut. Ja, ich bin universelletwegen. Ich weiß nicht, dass's gar nicht geht. Aber ich hab ich gemerkt, dass's gar nicht. Aber ich hab ich gemerkt, dass's gar nicht gut für die Offen ist. Und ich hab mich gemerkt, dass's gar nicht besserосlebt sehen. In der Leute, wo ich sag nicht. Ich habe ich gemerkt, dass's gar nicht das mögen! Aber ich hab mich gemerkt, ich hab mich gemerkt,